Menschen reden bevorzugt mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Als Agenturgründerin, Speaker und Moderatorin ist es meine große Leidenschaft, Menschen zielführend zu vernetzen. Verbunden mit der Professionalität, einen passenden Rahmen für ihre Botschaften zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu die Widerwitz-Union Customer Race 2020. Hallo Leute, heftig willkommen zum Metropreis nachhaltiger Gastronomie. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, hallo. Mein unermüdlicher Entdeckergeist und Spülsinn für innovative Themen zeichnen mich aus. Startups, Innovationskultur, digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder der Erfolg im Netzwerk. All diese Faktoren und Themen vereint ein zentraler Erfolgsfaktor, der mich am allermeisten fasziniert. Und das ist der Erfolgsfaktor Mensch. Die Persönlichkeit ist ein Sprungbrett. Mein Antrieb ist es, diese Persönlichkeit für Unternehmen, ihre Botschaft und ihr Event mit ihnen herauszuarbeiten. Denn eine Persönlichkeit auf der Bühne überzeugt genau dann, wenn sie es schafft, 1, 2, 3, 4 Facetten in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite soll die Präsentation informieren und inspirieren. The price is what you pay and the value is what you get. Auf der anderen Seite wirkt sie auf Gäste unterhaltend und motivierend. Ich denke, dass ich sehr viel Zündstoff in mir habe. Der perfekte Mix dieser vier unterschiedlichen Facetten ist das, was ihre Veranstaltung unvergesslich macht. Mein Name ist Jerem De Bruyne, digitaler Kopf-, Zündstoff- und Expertin für Kommunikation und Vernetzung mit Persönlichkeit. Menschen reden mit Menschen. Unterhalten wir uns. Einen wichtigen Charakterzug von mir habe ich noch nicht verraten. Ich bin geborene Gastgeberin und als Gründerin der Corporate Kitchen liebe ich es, mein Netzwerk zu inspirieren und zusammenzubringen. Was ist mit Ihnen? Kommen Sie an den Tisch? Ich bin geborene Gastgeberin und 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 ich